Bei Austrias Fußball-Europa Leaguer-Gegner Agmilan dürfte sich die Trainerdiskussion um Vincenzo Montella intensivieren. Die Mailänder kassierten am Sonntag in der Serie A durch Tore von Edin Zeko, 72, und Alessandro Florenzi, 77. Eine 0 zu 2 Heimniederlage gegen As Roma, und liegen nach sieben Runden schon neun Punkte von der Tabellenspitze entfernt. 22.48, 1. Oktober 2017 Facebook Google Plus Twitter Zu den Kommentaren Seite per E-Mail senden Seite drucken Schriftgröße größer Schriftgröße kleiner Copyright APA, AFP, zu allem Überfluss Samilans Hakan Kalhanoglu in der 80. Minute Gelb-Rot Montella, dessen Mannschaft im Sommer mit Transferausgaben von über 200 Millionen Euro aufgerüstet wurde, steht schon seit Wochen in der Kritik. Als möglicher Nachfolger wurde zuletzt der beim FC Bayern entlassene Carlo Ancelotti genannt. Juventus Turin gab dagegen erstmals in dieser Saison in der italienischen Fußballmeisterschaft Punkte ab. Der Titelverteidiger erreichte in der siebenten Runde auswärts gegen Atalanta Bergamo nur 1 2 zu 2, und liegt damit als Tabellen zweiter zwei Punkte hinter dem makellosen Spitzenreiter SSC Napoli, Federico Bernadeschi, 21. und Gonzalo Higuain, 24. brachten Juventus zwar mit 2 zu 0 in Führung, den Hausherren gelang aber dank Matzia Kaldara, 31. und Bruan Cristante, 67. Noch der Ausgleich. Paolo Dybala vergab in der 84. Minute einen Elfmeter für die Turiner.